Der chinesische Massengutfrachter Niu Chang erreichte am 3. Oktober den Wismarer Hafen. Das Schiff hat eine Länge von ganzen 180 Metern und eine Breite von beeindruckenden 32 Metern. Gebaut wurde es 2017 von Huanghai Shipbuilding. Der Frachter fährt unter der Flagge von Hongkong. Der aktuellste Tiefgang ist 7,2 Meter. Die maximale Zuladung beträgt 25.500 Tonnen und die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit liegt bei knapp 11 Knoten.